Du musst den Knopf drücken da vorne. Da, ja. Schneller, schneller, schneller. Schneller. Unfall. Rückwärts, zurück. Da, ja. Sehr gut. Und jetzt wieder vorwärts. Man muss den drücken hier. So, jetzt weiterfahren. Alter, ist kaputt. Ne, fahr mal. Warte mal, warte. Weißt du wo? Da nicht, nicht da. Nur vorwärts. Oh, jetzt ist er kaputt. Was jetzt? Gib Gas. Oh, rückwärts. Jetzt wieder vorwärts. So, mit. Vorwärts fahren. Oh, gegen eine Mauer gefangen. Auto kaputt. Was machst du jetzt? Fahrwärts. Mal das Stroh. Oh, runtergefallen. Jetzt fahr wieder. Oh, Auto kaputt. Fahr mal anders rum. Sag mal. Fährt verkehrt. Siehst du? Oh, am Baum. Auto kaputt. Guck mal vorne. Oh, guck mal. Kaputt. Sag mal, das Auto kaputt gemacht. Siehst du? Ja. Ja. Ja? Jetzt fahr mal. Jetzt gib Gas. Los. Fahr mal vorwärts. Ups, kaputt. Fahr mal. Fahr mal los. Oh, so schnell. Oh. Oh, Unfall. Den Baumgang. Den Baumgang. Oh, super Sprung hat er gesagt. Gib Gummi. Kein Hammer. Kein Hammer. Kein Drama, hat er gesagt. Kein Drama. Weiter fahren. Aber nicht gegen den Baum. Was ist denn los? Oh, gegen den Baum gefangen. Oh, jejeje. Ein Baumfang? Sag mal, das gegen den Baum gefangen haben. Das ist ein Baumfang.